Hallo meine Lieben und Willkommen zu einem weiteren Informationsvideo oder mit einem Ankündigungsvideo zu einem neuen Projekt, das ich starten werde. Das nennt sich Build Your Map. Wie der Name unschwer erraten lässt, geht es dabei um Adventure Maps. Da habt ihr jetzt die Möglichkeit, Adventure Maps zu bauen und sie mir zu schicken, damit ich sie let's playen kann. Ja, warum mache ich das Ganze? Ganz einfach. Ich möchte euch die Möglichkeit geben, dass ihr ein bisschen bekannter werdet, werdet euch dadurch natürlich auch promoten. Ihr kommt in die Videobeschreibung rein, des jeweiligen Videos, ihr werdet erwähnt. Mit ein bisschen Glück werdet ihr dann bekannter, bekommt ein bisschen mehr Zuschauer und das ist eigentlich mein Ziel mit der ganzen Aktion. Also, wenn ihr leiblicher Minecraft-Spieler seid, wenn ihr sehr gerne Adventure Maps spielt und auch sehr gerne Adventure Maps baut, dann, ran an Zwerg, schickt mir die Map per Winra in Skype. Mein Skype-Name steht auf meinem Kanal. Und ja, die Bedingungen sind, also die Map muss von euch selber gebaut sein, ist ja klar. Sie sollte so zwischen 20 und 30 Minuten lang sein. Ein Mix aus Jump'n'Run, Labyrinth vielleicht können dabei sein, ein paar Rätsel können dabei sein, also auf jeden Fall schön schwierig. Also, für mich muss es mal ein bisschen schwieriger sein, als die Adventure Map, die ich jetzt zuletzt gezockt habe, falls ihr das gesehen habt. Ähm, die fand ich ja ein bisschen zu leicht. Für mich jetzt. Also, für mich war die jetzt zu leicht. Gibt ja manche, die sagen, äh, die ist voll schwer. Also, ja, ähm, alles zum Nachlesen auch mal auf meiner Homepage, lpgaming.npage.de, unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich mich freuen, wenn da sich ein paar Leute dazu aufraffen, mir so eine Adventure Map zu bauen. Und dann bin ich sehr gerne bereit, sie zu let's playen. Und bis dahin, viel Spaß beim Bauen. Viel Spaß mit meinen Videos weiterhin. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, euer HSPLP. Tschüssi.